Du hast dir gerade ein neues Aquarium mit Wurzel eingerichtet, welches jetzt in der Einlaufphase ist und du denkst dir, oh Gott, habe ich vielleicht Schimmel auf meiner Wurzel? Dann bist du in diesem Video genau richtig, das schauen wir uns an. Also, let's go! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Timo und vor gut 14 Tagen habe ich hier das Community Mini M-Becken eingerichtet mit so einem schönen Wurzel-Layout. Und wie es halt so kommen musste, habe ich jetzt einen leichten weißen Pflaumen auf meiner Wurzel drauf und da dachte ich, ist das das perfekte Setup, um mal vielleicht das Thema weiße Beläge auf Wurzeln mit euch durchzusprechen. Denn der ein oder andere Anfänger wird jetzt sicher fragen oder gerade wenn du vielleicht auch ein Becken hast, was das erste Mal in der Einfahrphase ist, oh Gott, schimmelt vielleicht meine Wurzel? Muss ich da irgendwas tun? Und als allererstes kann ich dich beruhigen, erstmal keine Panik, das ist in der Regel kein normaler Schimmelpilz, denn Schimmelpilze, wie wir die so kennen, was halt so schimmeln kann, die existieren nicht unter Wasser. Jetzt müssen wir uns aber natürlich die Frage stellen, naja, was kann das denn sein? Das ist ja immerhin trotzdem irgendwie ein weißer Belag auf der Wurzel drauf. Und da muss ich sagen, es ist in der Regel ein Bakterienrasen und kein Schimmelpilz. Okay, das heißt, wir wissen schon mal, Gott sei Dank, es ist kein Schimmelpilz, aber da müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie entsteht denn überhaupt so ein weißer Belag, beziehungsweise so ein Bakterienrasen? Und hier ist es natürlich so, dass gerade wenn du dein Becken das erste Mal eingerichtet hast, das heißt, es ist in der Einlaufphase, dass dann natürlich diese Einlaufphase quasi eine Aktivierung deines biologischen Systems ist. Denn im Endeffekt ist ein Aquarium nichts anderes als ein biologisches System und das muss natürlich erstmal in Balance kommen. Das heißt, da laufen verschiedene Prozesse ab, die sich dann quasi zur biologischen Aktivierung oder die der biologischen Aktivierung dienen. Und da ist es natürlich so, dass dieses Gleichgewicht beispielsweise von Nährstoffen, von Bakterien in deinem Becken noch nicht gegeben ist. Deswegen können solche Prozesse gerade auch in der Einfahrphase, beispielsweise auch Bakterienblüten generell, natürlich häufiger vielleicht auftreten als in schon komplett stabilen Aquarien. Aber konkret nochmal zu dem weißen Belag, hier ist es so, dass gerade bei Wurzeln das auftritt, da Wurzeln, wenn sie beispielsweise noch nicht komplett zerkocht sind oder ausgekocht wurden, es immer noch sein kann, dass beispielsweise noch minimale Nährstoffe an den Wurzeln quasi anhaften. Das heißt, es ist ein Nährstoffdepot quasi da durch das Holz und das mögen natürlich ganz, ganz gerne die Bakterien. Und dieses Nährstoffdepot knabbern quasi die Bakterien mehr oder weniger so bildlich gesprochen an. Und gerade durch diese idealen Bedingungen, dass es da halt auch Nährstoffe gibt, vermehren die sich natürlich auch extrem schnell auf dieser Wurzel und bilden dann meistens halt so einen flächigen, ja, weißen Belag. Ich habe das jetzt hier an einigen Stellen schon etwas dicker, das heißt, er ist wirklich, ja, richtig weißlich. An einigen Stellen ist er auch so milchig, transparent. Also dieser Belag bildet sich darauf, einfach weil Bakterien da entstehen und sich quasi genau an dieser Stelle auf dem Holz beispielsweise dann ansiedeln. Und dabei ist es so, dass die Bakterien dann in der Regel erst verschwinden, wenn die Nährstoffe auf der Oberfläche der Wurzel mehr oder weniger komplett abgebaut sind. Okay, dann lass uns mal zu der Frage kommen, ist denn ein Bakterienrasen gefährlich? Und da muss ich erstmal sagen, gerade wenn dein Becken sich natürlich noch in der Einlaufphase befindet, ist das eigentlich total unproblematisch. Ich weiß, es sieht nicht schön aus. Also ich sehe das natürlich auch in meinem Becken hier und muss sagen, das sieht alles andere als schön aus. Aber es ist erstmal nicht gefährlich, da ja sowieso in der Einlaufphase natürlich noch keine Bewohner in deinem Becken sein sollten. Wenn du jetzt noch nicht weißt, was die Einlaufphase ist, kannst du hier oben nochmal ein Video angucken. Da habe ich das alles nochmal erklärt, was wir in der Einlaufphase machen, wie lange die so ungefähr dauern wird. Und dann ist es halt natürlich auch so, dass der Bakterienrasen sich, sobald beispielsweise die Bakterien, die Nährstoffe, die im Holz sind, sich langsam abbauen durch die Verzehrung der Bakterien, dass sich dann natürlich das Nährstoffdepot immer weiter verkleinert und dann natürlich auch die Bakterien, der Bakterienrasen immer weniger wird. Eine Einschränkung muss ich an der Stelle aber noch machen, wenn dein Becken sich nicht mehr in der Einlaufphase befindet. Das heißt, vielleicht schon ein halbes Jahr steht oder ein Jahr steht, dann ist das ein sehr, sehr starker Indikator, dass gerade in deinem Becken irgendwas nicht richtig ist. Oder du halt in den letzten Wochen, Monaten irgendetwas an deinem Becken geändert hast, was quasi das ganze biologische System durcheinander geworfen hat. Das heißt, das ist eigentlich ein guter Indikator, ob dein biologisches System quasi momentan sehr stabil läuft oder vielleicht sich noch im Aufbau befindet, beziehungsweise gerade instabil geworden ist. Okay, dann stellt sich natürlich noch die Frage, sollten wir, beziehungsweise können wir auf der anderen Seite auch was gegen diesen Bakterienrasen tun? Und da muss ich erstmal sagen, natürlich können wir etwas machen. Aus meiner Sicht ist Geduld an der Stelle die beste Option, denn man muss halt ganz klar sehen, dass diese Bakterien auftretender halt noch Nährstoffe in der Wurzel sind. Das heißt, wenn diese Nährstoffe abgebaut sind, dann erledigt sich mehr oder weniger das Problem automatisch und sollte eigentlich dann auch, ja, ich sag mal, in mehreren Tagen, beziehungsweise Wochen dann sich erledigt haben. Wie schnell das geht, hängt natürlich immer von der konkreten Wurzel ab. Ich gehe jetzt hier fest von aus, ich habe jetzt diesen Bakterienrasen bei mir hier in dem Becken schon so grob eine Woche, dass ich vielleicht noch eine Woche damit beschäftigt bin und dann so vielleicht nach zwei Wochen, spätestens vielleicht auch nach drei Wochen, dann hoffentlich der Bakterienrasen weg ist. Man muss aber natürlich auch sagen, man könnte natürlich auch das Ganze bei einem Wasserwechsel beispielsweise mit dem Schlauch absaugen. Das geht natürlich auch, ist aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder kontraproduktiv, wenn ich mir halt überlege, ich möchte natürlich, dass der Bakterienrasen, beziehungsweise die Nährstoffe, die das verursachen eigentlich im Holz, natürlich möglichst schnell abgebaut werden. Das heißt, wenn ich es immer wieder absauge, dann werden diese Nährstoffe langsamer abgebaut und ich habe quasi über einen längeren Zeitraum natürlich damit zu tun. Also da müsst ihr natürlich entscheiden, ich werde mich jetzt dafür entscheiden, das erstmal so laufen zu lassen und wenn das dann halt nach mehreren Wochen, also ich sage mal so zwei, drei, vier Wochen, sagen wir mal eher so wahrscheinlich in die vier Wochen geht, dann werde ich mich natürlich auch darum kümmern, ob man dagegen aktiv was anderes tun kann. Und da kommen wir nämlich dann zu einem anderen Punkt und zwar man kann auch immer Fressfeinde dagegen einsetzen, beziehungsweise was heißt immer, kann man natürlich danach, wenn man erstmal vielleicht auch gewartet hat, aus meiner Sicht Fressfeinde einsetzen. Denn Garnelen, beziehungsweise einige Garnelen, beziehungsweise Schnecken, ja essen hin und wieder ganz gerne mal Bakterien, beziehungsweise den Bakterienrasen auf und da kann man natürlich dann auch schauen, ob man, wenn aus meiner Sicht das Becken erstmal die Einlaufphase so mehr oder weniger hinter sich hat, dass man dann vielleicht Schnecken, beziehungsweise Garnelen schon mal einsetzt, die schon mal beispielsweise hier dann ja einige Teile des Bakterienrasens ja vertilgen können. Da das Video hier natürlich jetzt nicht am selben Tag online geht, wo ich das hier drehe, blende ich euch jetzt auch mal hier oben die Zahl ein, die es bei mir gebraucht hat, um wirklich mit diesem Bakterienrasen fertig zu werden. Das heißt, ich lasse das einfach jetzt so durchlaufen und dann zeige ich euch hier oben, wie lange das gedauert hat bei mir jetzt in dem Falle, dass sich der Bakterienrasen wieder so langsam zurückgebildet hat. Gut, wenn ihr noch mehr über die Einfahrphase wissen wollt, was vielleicht da auch für biologische Prozesse in eurem Aquarium auftreten, beziehungsweise der Hauptprozess Nitrifikation, findet ihr hier zwei Videos einmal zur Einfahrphase, beziehungsweise zur Nitrifikation. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und dann würde ich sagen, macht's gut, wir sehen uns bis dahin, ciao.